Nein, wie ist die Reihenfolge? Was machen wir zuerst? Genau, was machen wir danach? Was kommt zum Schluss? Genau, danach kommt die Reihenfolge, weil wir es alle geschafft haben. So, Achtung! Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins! Ja, ja, da hinten, da hinten. Die müssen auch auf den Boden kommen. Die erste gelbe Boden, da wo der roten T-Shirt ist, mit dem besorfenen Sam ist der Boden. So, der erste Hand von uns, der erste, die hier rauskommt. Applaus Und gemeinsamer Countdown. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins! So, sie sind eingeladen, die große Drehendegen beim Interdrehendorchen, dem Leipziger Drehendorchen einzufeuern und sie zu unterstützen. So, jetzt wird wieder spannend. Und die erste in der etwas größeren Nachwuchstriathletinnen kommen raus. Schön, Rico, komm, gib Gas jetzt! Oh, ey, super! Applaus Applaus Vielen Dank! Ich bin der Vorgang! Ich bin der Vorgang! Wir sind der Vorgang! Die Vorgang! Wenn der Vorgang ist, ist es nicht gut! Ich bin der Vorgang, ich bin der Vorgang! Und die Vorgang ist auf der Zeit. Und hier die Kids, Applaus, ihr kriegt jeden Applaus, ihr seid alle Sieger. Die 78, Sina, Lesin, Litschek, Schwimmen, ihr? Und was hat dir am meisten gefallen? Ich dachte, bin ich nicht, sie kommt. Das kleine Wasserhattel, hier macht auch Schwimmen am meisten Spaß, da wiegt man ja nichts. Das ist Rico Bogen, da braucht es keine Schaffung mehr. Applaus für Rico Bogen, in 11 Minuten und 40 Sekunden, Rico Bogen. Rico, das war ganz gute Klasse, das war schwerer, die alle Reise über der Wettkampf. Oh nee, ich bin ja mit deinem Kopf, dass das nicht geht. Wettkampf, ja. Wasser war schön warm. Da hast du aber nochmal Glück gehabt, Jeremy. Los, Clemens! Los, Clemens! Christian Franke, der war Dresden, auf 10, das ist der Clemens Hörholz vom MDR. Los, Hanna! Hier. Der Applaus, wie Sieger hier. Ohne, komm ich her. Gepäckchen gibt es dann dahinter. Eine große, sportliche Familie. Dankeschön, Olaf. Vielen Dank. Und die Nummer Platz machen wir heute. Ich habe noch was Gutes da. So, ich darf nur noch nach vorne zeigen. Ich möchte euch das noch mal nach vorne zeigen. Und Applaus, Sie haben auch hier, als wenn Sie der 1. Jahr. Dreh nochmal! Und das ist die Grünen-Jürgen-Jürgen-Jürgen-Sporting-Pinther-Kanal vom 31.S-Haufg ins Diathlon. Das ist der Florian Lust, DRG Lückenweide. Applaus, Sie haben noch mal gut. Und es ist der стоит Klink. Aber sie haben noch wahr, aber auch schon macht mehr. Eine große Rolle. Und wir sehen uns. Rüge-Trasse, Rüge-Trasse! Den Führigablauben, Herr Kipiak! Und den Freilauer, den Johanna-Bau. So, dann noch mal Kostauberatung. Zwei, fünf, sechs! Und der Rolli! Ja, super! Und der Rolli! Bitte kommt Home-T-Shirt, komm! Bayern München hier, das Grüßen! Die 1-4! Ja, Schiebert, Ebert, den Rest der Welt! Wo ist die Stoffelmann? Das war's! Durch Stoffel! Stoffel! Ja, zum Hupen, da haben wir wohl endlich, auf Platz eins. Das hältst du mit der neuen Strecke. Ein Riesenapplaus, kommt vom LFA Oberholz. Es ist Nachname Bogen, Vorname Rico. Dein Applaus in 11 Minuten, 40 Sekunden, Rico Bogen! Applaus Applaus Ja, Applaus So, Applaus Es kann sein. Und das 3 gegen die Landeshauptstadt an den Tüber, Christian Franke, in 12 Minuten und 15 Sekunden. Und aus dem Bundesrat, der Applaus, Christian Franke, den Frau Fristin. Applaus